Und ich bin auch gespannt, Herr Scherer, wir werden es ja abschaffen, das Gesetz, das haben wir letztes Mal schon beantragt, das werden wir wieder beantragen. Und wenn Sie diesmal die Interessen Ihrer Wähler wahrnehmen, dann erwarte ich eigentlich eine Zustimmung der FDP. Aber ich befürchte, das wird wahrscheinlich mit irgendeinem Handbüchen Begründungen nicht kommen. Und wenn Sie dann leider so weitermachen, dann werden Sie dann so wie die Kollegen von der CDU enden. Da ist leider schon ein bisschen meiner Meinung nach das Markenprogramm, dass man das Gegenteil von dem macht, was man an der Basis erzählt in der Regierung.